das durch hatte und so will ich verkochen ob der die technik so funktioniert wie ich will muss ich mich wieder anziehen ja ja das weiß ich auch warum ich hier so so ne am das liegt halt eben wegen meiner männlichen ausstrahlung was für eine männliche ausstrahlung ja 100 steine allah ton zu laut das würde ich gar nicht mehr so ich bin immer noch aktiv ich weiß trotzdem nicht welches pack ich machen soll ich brauch ne Ach weiß ich jeden Stuhl nicht Events ja 4fach Goku muss ich natürlich mit angeben den habe ich schon aber eigentlich müsste ich go geta pack rein theoretisch Wenn ich jetzt auch einen Stream anmache, wo ich eure beiden Streams streame, das heißt Multistream dann, dann haben wir 3er Stream. Ich bin jetzt auf 2 Streams gleichzeitig. Ist das nicht cool? Stream ich gerade richtig? Richtig gut. Gerade ist halt was ich brauch. Ich zeig jetzt erstmal meine Karten. Ich leg mal die Karten auf den Tisch. Da war Training, alles. Das ist jetzt nur mein zweiter Account, ja? Also ne? Meinst du nur SSR und LR? Das ist nur mein zweiter Account. Warte, warte, Moment, 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 Moment. Spielen wir jetzt Dragon Ball Dokkan Battle oder Strip Poker? Kannst du dir aussuchen. Ich mein Strip Poker. Mach die Webcam an. Er hat's schon gemacht. Warte, ich mach's auch an. Den mach ich mal auf den Stream an, der Webcam. Huch. Ja, beide goldene Freezers hab ich hier schon. Mhm, ich seh sehr viel. Gotenks, ja, das kommt ja gleich. Du bist ja noch bei Summon. Mein Gotenks, ja. Aber noch nicht hochgezogen. Ich hab vieles halt noch nicht hochgezogen. Ich war zu faul. Bin froh, wenn ich mit meinem noch nicht durch bin, Jojo. Paar Dinger hab ich schon. Und wie gesagt, man muss bedenken, das ist nur mein kleiner Account. Und der hat schon relativ viele SSR und OR-Dinger reingeballert. Ich wollt grad sagen, ich muss grad schon mal meinen zweiten vierfachen Goku in den anderen Goku reinballern. Ich muss immer noch da einfach so im Inventar drin hängen. Ja, das war's eigentlich schon. Und wir erstmal meinen vierfach Goku nehmen und in den Skillbaum reinpacken. Gucke mal in die Gruppe, ich hab was gepostet. Moment da. Was hast du in die Gruppe gepostet? So, machen wir wie immer oben da oben. Links oder unten rechts? Stopp. Unten rechts, oben links? Ähm. Öhm. Öhm. Oben links waren immer nur drei Sterne, ne? Und unten rechts sind vier Sterne. Da war ich unten rechts. Der hat noch nicht eine Duke-Perle von mir gekriegt, ey. Ich hab hier irgendwo schon angefangen. Mei, Mei, Boss... Cree? Ich hab den zweiten Weg bei dem auch frei. Ja, Summon-Pack. Oben, unten, oben, unten. Eigentlich Gugeta. Ach komm, ich mach jetzt erstmal oben. Noch einen Goku muss ich nicht kriegen. Noch einen Vierfachen. Wär zwar schön, aber... Nee. Level 17 für den Tag ist das eigentlich gut, oder? Level 17? Achso. War gar nicht gemein. Doch, na klar. Machst du Level 17 für einen Tag? Mhm. Na gut, ich war ja auch in der Schule und hab nebenbei auch mal mitgemacht in der Schule. Was soll das sein? Ich geb mir bitte den Gugeta. Du wirst ihn nicht bekommen. Du wirst ihn nicht bekommen. Du wirst ihn nicht bekommen. Ich mach hier auch schon das dritte oder vierte Mal das Pack oben. Es wäre schön, wenn ich ihn jetzt mal kriegen würde, ne? Du wirst ihn nicht bekommen. Du wirst ihn nicht bekommen. Ja, ja, doch. Hier krieg ich den, aber auf meinem Account krieg ich den nicht. Es wäre nur zu schön, wenn ich ihn kriegen würde, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Was denn? Du wirst vielleicht sehen. Du wirst vielleicht sehen. Was würdest du denn sehen? Dann wirst du den ersten SSR wieder sehen. Achso. Ist ja verzögert, ne? Wie viel Falles hast du? Ach, nicht viele. Ich glaub, seit Freitag 101. Du bist ja auch nie so lange am Stüssel. Ja, eigentlich schon. Ich bin eigentlich schon seit Anfang des Jahres dran. Nur ich hab halt auch mit Doken Battle angefangen. Aber ich hab's dann irgendwann wieder aufgegeben, weil mir das zu doof war. Weil ich halt nicht so ein Glück hatte. Da war die Motivation dann irgendwann wieder weg. Und dann hab ich mich erstmal nur auf YouTube konzentriert. Da dann über 300 Videos drauf geballert. Nur für 113 Abos. Und dann dachte ich, komm, machen wir es wieder auf Twitch. Dann hab ich meine Ruhe quasi. Ich hab's wieder auf Twitch umverlegt quasi. Anfangsphase probiert man sich halt immer aus, was besser läuft oder so. Und da ich mit Videos schneiden nicht so gut bin. Halt mit Videos schneiden und Trailer und Vorspannen und was weiß ich alles. Ich hab halt einfach gedacht, komm, machen wir wieder Livestream. Selbst ist es einfach. Ist besser. Was? Selbst... Also für Frauen ist es meistens leichter. Wenn man mit Camp streamt. Aber... Für... Morgen kommen wir Flashkick. Für uns Männer, sag ich jetzt mal, ist es halt etwas schwerer. Geht. Also ich hab... Also es gibt... Von den berühmten, die ich kenne, kenne ich eigentlich nur Männer. Naja... 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 Es gibt... In Amerika ist es halt extrem schlimm. Die sind halt... Äh... Viele... Frauen mit Hau-Fan-Zuschauern. Okay. Aber auch nur... Ja, aber ich hab schon gemerkt. Die Koteter ist unerreicht bis zu den Zehenspitzen. Kronk... Kronk ist sehr bekannt. Äh... Äh... Von... Äh... Sona... Kutscher... Ähm... Wie heißt der Puppspieler? Lost Aiming zum Beispiel. Ja, den... Der sagt mir noch was. Ein Gronk sowieso. Äh... Ranzeratte. Aber so... Von deutschen Twitchern jetzt... Ähm... Berühmte... Hab ich halt... Äh... Ja... Kenne ich wenige. Ich kenne jetzt noch einen. Aber... Ist halt ein bisschen kleiner, ne? Ich weiß immer noch nicht. Gugeta oder unten. Mann, ey. Gugeta? Ach, ich mach Gugeta. Komm, Alter. Zweites Mal. Damit ich nochmal den... Blöden Kaioken-Gugbruder kriege. Äh... Damit ich meine 5 Dinger da... Meine Sterne da fetsch haben, wisse. Rainbow... Und... Cyan. Nicht ein Anfall, ne? Rainbow und schwarze Haare sind immer besser. Weil man dann eventuell Goodbye Guys kriegt. Special Summon Ticket. Kriegt man das? Äh... Ich glaub nicht mehr, ne? Das ist alles jetzt schon... Eine Weile her mit den ganzen Tickets und so. Die ersten zwei sehen ja schon wieder dufter aus, ey. Zweimal SR. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gemütet. Kaputt. Ich öffne jetzt auch mal ein Pack. Dann öffne mal... Viel Glück! Soll ich mal draufspucken, vielleicht klappt's ja... Hohohohohohoho... So, mit Glück. Draufspucken. ich glaube das wird ein reines air und sr pack wieder hier ja mr satan der ist cool der weichei der kann nix und hält sich für den größen das war bei lr ja was ist das für ein fettsack nach der typ schon wieder extrem physik ich wollte gerade sagen für wen ist es schlimmer für die frau die blutet nur ein pflaster drauf ja sicher alter wenn du wüsstest was wir da für leidenswege hinter uns bringen ja alter vater ich rede aus erfahrung machst du ja jetzt habe ich dreimal den kajoten goku toll wir wollen wissen ob du das du gogeta ziehst nee ich habe den natürlich nicht gekriegt seh ich aus als könnte ich einen gogeta ziehen bestimmt ich habe ja auch noch meinen omega sieht er so aus als ob der gogeta ziehen könnte also so aussehen nein aber glückgesucht die falschen oder das war mein gogeta also her damit ach so war dein gogeta ja der hat sich auf dem server vertan war die falsche wir einigen genau ja falsche handy nummer genau muss ich erst wieder aussortieren ich hab mein super big ghetto auch noch nicht gezogen ja der ist noch auf arbeit der telefoniert ja nicht im stream in hämmer wenn johann wenn spaß macht ich weiß nicht was ich lesen soll ich weiß nicht was ich lesen soll ok ich habe gesagt oh schrunk ist gank hier in uhr nee ist egal valmi nicht beschreibt oh das stimmt ich wollte gucken wegen beim omega mein omega hat aber glaube ich schon alle vier wege frei Ne, einer fehlt noch. Jetzt kann ich den einen Omega noch da reinballern, den ich noch hab. Dann hab ich mein Omega Shenlong fertig. Den STR, nicht den physischen. Okay. Tun wir mal... Kugeln ausgeben, wa? Ich hab auf meinem kleinen Account genug Kugeln. Die könnt ich alle ausgeben. Sitten hier. Vielleicht jetzt schon 20 Minuten mal. So, naja. Der hat nur Schrott gezogen, ja. Und nicht in Ordnung. Ah, ich hab noch meinen Stern übrig. Tja, passiert. Na, aber ich hab mit dem kleinen Account schon so viel Glück gehabt. Ich kann mich eigentlich zufrieden schätzen, dass ich überhaupt die ganzen Sachen gekriegt hab. Äh, machen wir wieder Crit. Ich geh immer gerne auf Crit, obwohl, Moment. Crit. Ich könnte auch noch auf Dingens gehen. Und Additional Attack. Hm. Ich geh immer mal ein Omega ausbauen. Omega Delta mal X, Y, Z, Y mal Z. Und sowas. Das hat jetzt auch jeder verstanden. Jep. Okay. Ich muss auch meinen Goku auch nochmal ziehen. Dann muss ich sogar noch doof. Boah. 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 Ich hab erstmal ein anständiges Uggle-Team. Boah. 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 zu behalten warum den gelben netz genommen oder was ja ja gib adresse schicke ich dir musste köln absuchen auf jeden fall meine serie weiter zocken gucken ja deswegen meine serie weiter was ist mit deiner serie die fände aus marvel das gucke ich nur wenn ich das gucke ich nur wenn ich einschlafen will nicht mal dann zum einschlafen dann gucke ich auch welche horrorfilme ja der dat schon eher horror action crime damit alles war gar nicht mehr pennen kannst du ungefähr alles was einen so möglichst wach hält hier ein foto reingeschickt mal gucken was haben wir denn hier man hat er denn reingeschickt sehr gut im ersten pack gezogen heute und heute auch erst angefangen ist sehr gut alter willst du mich jetzt komplett verarschen wer soll gut sein geschickt erst mal in die gruppe und gogeta ssj4 bild ist der gute wästen pack heute und heute auch erst angefangen also das sind so diese die 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 keine ahnung vom spiel das habe ich aber auch ich habe einen kumpel ich lässt er ja ungern eigentlich aber das ist einfach so ein ding der hat lr gohan gezogen und fragt mich allen ernstes mich die den hass drauf kriegt wenn irgendeiner lr gohan hat ist sehr gut habe ich gehalten habe ich knallhart zu ihm gesagt nee der scheiße verkauft in dem babas shop und leute du kannst mich nicht leiden aber er hat es nicht gemacht aber wir kennen uns erst seit knapp einer stunde und du kannst mich jetzt schon nicht leiden ja wenn das ist das das sind wille schweißwitzige ich konnte da echt mal schneller lr gohan ist schon keine ahnung oder die vierfachen wer die vierfachen hat ich meine auch ein asia-account ich meine ich könnte ja jetzt reintour nicht doof sein und den asia-account nebenbei laufen lassen aber das macht mein laptop nicht mit das macht ihr laptop nicht mit und keiner weiß warum ich mache ja beides über emulator achso wer ich ja du stell doch da vor was das ist für token battle nee ww2 und destiny 2 ach du scheiße weil wir top donates 190 euro was the fuck 190 euro wer gibt denn dir sowas was seid ihr dann in eurer community gruppe drin oder was was für n dingen die community gruppe wo ihr drin seid oder welche gruppe ich weiß gar nicht war doch jetzt war league of legends oder dragon ball germany ich bin grad nicht sicher moment in die league of legends germany ja fratzenburg gesichts buch darüber habe ich den komischen vogel da kennengelernt achso ich bin kein komischer vogel ich bin der ich bin nur in sämtlichen sämtlichen twitcher gruppen und darüber habe ich halt um ihn hier jetzt kennengelernt weil mir halt einer die community empfohlen hat ich bin halt thema community zwar am suchen aber ich weiß halt nicht ob ich da vorteile nachteile von sie ob es gut ist ob schlecht ist wenn du vielleicht uns spielst kommen die league of legends germany gruppe ne ich spiele das nicht warum nicht ich spiele gelegentlich mal heroes of the storm aber auch nur wegen dem ganzen diablo und ähm du bist ja eine ekelhafte frau bist du eine ekelhafte frau wie man es nimmt weil ich diablo spiele bin ich eklig oder was komm gleich mal wieder ne ne weil du heroes of the storm spielst ja und es ist vom gameplay ist vom gameplay leichter wie lol und lol krieg ich vom gameplay nicht hin und heroes of the storm krieg ich auch nicht hin deswegen spiele ich es nur wenn wir irgendwelche special events sind oder so aber ich komme auf die steuerung ist klar keine ahnung ich bin halt eigentlich konsolero deswegen tue ich mich mit pc immer noch ein bisschen schwer ich nix treffen mit pc ich bin sales goal spieler eigentlich oh mein zu pvp spiele kannst du mich eh mitjagen camper das ist ja kein camperspiel das ist ja was anderes das ist ja taktik spiel das ist ja was anderes das ist ja taktik spiel da sind doch auch viele camper unterwegs world of tags das ist taktik das ist taktik das ist taktik csgo ist einfach nur schnapp den wer fährt rennenlos und er schießt so viel wie möglich rob alles nieder genau und metzelt alles kaputt ja eben reines pvp spiel halt ne hauptsache in die kasse hauen ich muss meine mutter fragen ob die mir morgen mal nein die powerbank mit gibt für die schule ach ne ich habe morgen nur 4 stunden da war ja was ich habe morgen auch kurze schicht wieder ich glaube ich warte was kann ich morgen machen tapezieren einraum dann habe ich feierabend kochen hier aber wo wir wo wir wo wir uns immer schön über köln geredet haben ne ja ich bin bald in köln soll ich dich suchen lass mich raten gamescom ne gamescom nicht ach so da war ich noch nie in meinem Leben dann versuch mal zu suchen du weißt schon dass wir ein paar millionen äh ne mille einwohner haben ungefähr ja da musst du schon ein telefonbuch gucken alle jennies raussuchen bist du lesbisch bist du lesbisch nein na also guck mal dann grinst das schon mal die suche extrem ein oder ich brauche schon mal keine schwulen und keine lesben ach ich kann auch meinen so alles was schwul und lesbisch ist brauche ich nicht so danach assontiere ich einfach die aus die in einer beziehung sind ne also die die single sind ja so dann brauche ich dann auch noch die die vergeben sind ach so nach schleswig kannst du deinem telefonbuch lesen oder was ne facebook was ist wenn es Leute gibt die das nicht für andere zugänglich machen dann hast du ein Problem ach ich finde die schon dann mach mal Jenny Köln und guck mal was du für Dinger da kriegst ach Jenny Köln ich hätte jetzt mich fast verraten aber ne aber es wird ja gar nicht gehen stimmt ja ich hab ja ähm auf twitch nicht meinen facebook account verlinkt sondern nur meine seite ahahaha aber wärst du schon mal nah dran dann hättest du meinen richtigen account immer noch nicht ja mein omega der wächst langsam ich hab zu viele kugeln ich kann aber ganz viele kugeln ausgeben ich hab noch über 8000 10.000 von diesen hidden potential kugeln ich hab's ein bisschen übertrieben mit sammeln ich hab die nie ausgegeben es ist nur langweilig immer diese punkte anzuklicken und da irgendwas zu machen auf welcher schule bist du gegangen? ich? oder beziehungsweise was arbeitest du? oder wo arbeitest du? alles ohne Gewehr also alles ohne Angabe wo arbeitest du? alles ohne Angaben ich hab quasi alles privat es können nur Freunde alles sehen Visa? Alter ich krieg Angst Freunde ja wie alter das geht gar nicht Jenny Visa Vertrauen findest du nur bei Menschen die mit deiner Seele umgehen als wäre es ihre halt eigene schönes Titelbild hast du ja ne? geil oder? mhm the best one guck mal was haben wir denn hier noch wie geht das? wie geht das? ach so ja das war mal wegen einer Freundin weil die ähm wegen der Savi Schuhmacher genau die hat mich da irgendwie das hab ich gesehen hab ich durchgelesen ok hab ich gefunden na die ist Vegeta Fan deswegen ich bin eher die Goku Seite und sie ist halt Vegeta Seite sowieso ja das wirst du das ist schon richtig das musst du mir jetzt nicht noch im TS zeigen ok dann weiß das jetzt jeder im Stream das muss auch nicht sein easy so wen soll ich das nächste suchen? haben wir ja Angst warum? ach nur so das ist eigentlich gar nicht so schwer ich könnte es dir sogar erklären ich hab mich schon extra privat gehalten damit keine Sau weiß wo und wer ich bin und dann finden sie mich trotzdem alles und ich finde die innerhalb von ein paar minuten Ja, das macht mir wirklich Angst. Das macht mir mega Angst, weil ich bin damals von Facebook weg wegen irgendwelchen behinderten Stalkern und so einen Scheiß. Und wenn ich mir jetzt so mitkriege, wie schnell es eigentlich ist, dass man mich finden kann, das ist schon hart. Alexander Klaas, Janet Biedermann, Naruto Shibuya, Sailor Moon, Fairytale, Sailor Moon, Naruto Uzumaki. Das mag ich aber alles nicht. Ich bin nur Dragon Ball und Sailor Moon Fan. Da steht in der Fernsehsendung Gefällt mir an. Ach, das wird dann öffentlich gezeigt. Hm, genau so in welchen Gruppen du bist. Und ja. Okay. Na, solange man meine Bilder nicht sieht, öffentlich ist alles gut. Hm, würde sie sich nicht, nur wenn ich mit dir befreundet wäre. Dann geht das ja, dann hat das Facebook ja schon mal richtig gemacht. Nein, aber es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man jemanden findet. Okay. Hm. Da kannst du auch nichts gegen machen. Da kann auch Facebook nichts gegen machen. Das ist schon heavy. Soll ich dir den Trick verraten? Nee, musst du nicht. Naja, kriege ich noch selber Angst vor mir, weil ich auch immer Leute suche, die ich halt... Ja, nie finde, aber... Was ist ein Lahn? Hä? Krass, echt. Gut, ne? Ja. Äh, na, wegen Silvester. Du bist ein... Was ist der Alter, zwei, eins, was ist der Achter? Der labert jetzt, was von Silvester? Was ist denn los mit dir? Eine Freundin von Barbara Sauer. Eine Wanderseg, guck mal mit, bei dir mit. Weihnachten ist auch bald. Ja, bald ist Weihnachten. Ich kann mein Omega nicht mehr sehen. Ja, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Äh, wie nehmen wir denn jetzt mal? Hi. Ey, Johannes. Hi. Hi. Hi, wollen wir uns küssen? Nein. Wollen wir uns anfassen? Vielleicht später. Trinken wir Filz mit anfassen. Johannes, ich hab gerade, äh, Facebookseite von Jenny gefunden. Ja? Ja, innerhalb von zwei Minuten. Und dann nimm mal... Voll der Stalker. Und dir sagst du, findest mich nicht, ist alles auf Privat gestellt. Ja. Na, er kann ja auch nicht alles sehen. Das ist ja richtig. Ja, aber finden kann man nicht. Bilder kann er nicht sehen, das kann er nicht sehen. Ist egal, ich hab nur gesagt, ich find dich. Meine Beiträge kann er nicht sehen. Doch, ein paar kann man sehen. Was? Die, die du öffentlich geteilt hast. Mit deinen Freunden. Ich hab eigentlich... Sobald die das nicht, äh, auf Privat stehen haben, kann man das sehen. Ja, solange meine Twitch-Links und sowas alle verdeckt sind, geht's ja eigentlich. Selbst die kann ich sehen, aber nur auf deinem Twitch, auf deine Facebook-Linksseite. Da krieg ich einen Anfall. Ich hab das eigentlich eingestellt, alles, was ich poste, dass das nur ich sehen kann. Beziehungsweise ich und meine Freunde. Also jetzt nicht deine richtige Facebook-Seite, sondern die mit Mausiboot. Achso, ja, da soll das ja drin sein. Wie meinst du mit dem Twitch? Da soll der Twitch ja drin sein. Aber bei meinem richtigen Profil, da soll es eigentlich draußen sein. Weil ich ja gesagt hab, ich hatte einige Probleme da mit einigen Leuten. Und, ähm, die mir damals alles kaputt gemacht haben und da hab ich jetzt keinen Bock mehr, ne? Dass sie dann sich eventuell bei Twitch oder so einmischen muss. Ein bisschen verdeckt. Man macht dir eher Gedanken, dass man nicht finken kann. Jenny, trenne mich mal bitte. Jenny, trenne mich mal bitte in 15 Minuten, dass ich mal nach meinen Flammkuchen gucke. Danke. Das ist halt deine persönliche Ausgrabin oder was? Ich guck dann mal auf die Uhr. Weil ich bin da immer so, du würdest es vergessen, Dome. Kommst du zu? Ne. Ich mach mir mal Handy weg, aber ich so Handy-Telema und so. Ah, Gotenks hat nur einen Weg frei. Das ist ja ein bisschen traurig. Weil Gotenks kacke ist. Alter, der, der dreifache Tech-Gotings, der ist sicherlich nicht kacke. Ah, okay, der ist akzeptabel. Der ist, äh, full damage oder so. Damage-Diger. So, jetzt hab ich gerade erst mal einen Yu-Gi-Oh!-Film gedownloadet von YouTube. Oh, wei. Ja. Muss halt Amt ja wieder was zu gucken haben. Ich meine Pokémon-Karten. Ja, ich hab Super auch noch nicht weiter geguckt. Super hab ich alle Folgen bis... Warte. Oh, jetzt hab ich mich angenommen. Ich weiße. Ich hab schon wieder aufgepasst. Hier ist der Dragon Ball, äh, Filme. Hier, Dragon Ball Super hab ich bis... Folge 101. Na, ich bin, glaub ich, noch bei... 97, 98. Oh, ich freu mich schon auf den neuen Super-Film. Film? Gibt's auch noch? Okay. Kommt ja noch einer. Gibt ja jetzt zwei erst mal. Okay. Mhm. Weißt du, wusstest du nicht von den Zweien? Von den Filmen jetzt nicht, weil ich mich halt eher auf Super konzentriert hab. Ja, die haben ja mit Super zu tun. Nee, nee, nur auf die Serie hab ich mich als Spezialisiert erst mal. Dann gibt's ja einmal Battle of Gods. Ja, den kenn ich noch. Und Resurrection Elf. Ach so, Golden Freezer, ja, ja. Da kenn ich die zwei. Aber die waren ja schon weit aus... Wovor Super in Planung war, gab's die ja. Ach, herrlich, ja. Die waren hier so im Kino bei uns. Ich weiß. Die, was die auch im Kino waren, das weiß ich. In Oberhausen. Wir haben ja auch den HD von Freezer da... Nee, doch, den haben sie letztens erst im Kino gezeigt, ne? Mhm. Den wollte ich auch eigentlich gucken, aber ich hab den leider verpasst. Weißt du, was das Schönste ist? Jetzt kommt's. Du wohnst ja in Köln, ne? Ja, du wohnst ja in Wohldernehe. Dann sagt dir ja Oberhausen etwa. Schon, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Richtung ich da gehen müsste. Links rum. Links um die Ecke, ja. Vorne links. Links rum oder die ganze Zeit geradeaus. Ich würde Wechselsachen mitnehmen, weil man könnte nass werden unterwegs. Da vorne links. Juh, mein Gotenks ist auch fast durch. Ja, der ist auch da vorne links, ne? Genau. Joa, ich muss mal Pferlen ausgeben, weil... Ich habe auf meinem kleinen Account nur 12.000 blaue, 5.000, ne? 12.000 blaue von den kleinen Orbs jetzt nur, 9.600 grüne, 9.100 Lila, 6.900 rote und 11.400, ähm... Boah, die sind bei mir echt mangelwaren jetzt mittlerweile. Ja, ich hab halt immer die, ähm... Die Stages gemacht, aber ich hab die Pukten hier ausgegeben. Wollen wir das? So. Hab halt erstmal gespart, bis ich anständige SSR kriege. So gesehen. Hm. Mein kleiner Account. Aber es gibt schon einige Charaktere, wie zum Beispiel den Gotenks, den würde ich gerne auf meinen großen rüberziehen. Handeln müsse man können hier. Das finde ich manchmal wirklich cool. Ja, dann hätte ich dir mal einen LR-Gorn gegeben. Dann hätte ich mir den Gotenks direkt rübergehandelt. Hast gehört? Was? Dann hätte sie mal einen LR-Gorn gekriegt. Weil ich nutze den eh nicht. Was? Was? Wie soll ich? Nein. Weil ich den nicht nutze. Weil du auch immer nur STR-Team nimmst, oder was? Hauptsächlich. Ich finde das cooler. Den LR-Broly, oder was? Hm. Ich finde den geiler. Na, ich habe halt, bevor ich LR-Broly gekriegt habe, habe ich immer nur Agel-Team genommen mit Superbegetto. Also wieder. Und jetzt, seitdem ich LR-Broly habe, renne ich nur noch mit dem STR-Team bis die Gegend. Hm. Ne, STR-Team. Dann würde ich mal gucken, ob ich noch ein paar Stages machen kann. Gusta. Ah, was haben wir denn noch so was? Gusta. Gusta. Gustav? Gustav? Kannst du nicht den Gustav-Rap? Ich muss immer noch gehen. Ich muss immer noch zu meiner Oma. Ja. Da war immer noch. Um die O-Zeit. Um die O-Zeit. Ja, ich muss ja nur so einen beschissenen Brief da holen. So, Events. Oh, ich könnte mit dem hier noch die Bulma machen. Da haben wir gerade einen. Bulma. Oh nein, die Bulma mag ihn nicht. Die ist aber voll geil. Die ist Ultra-Dev. Ultra-Dev. Ultra-Dev-Alte. Genau das ist nämlich das Problem. Da halte ich nichts von. Wieso nicht? Für mich ist Angriff die beste Verteidigung. Kommt drauf an. Wenn du Bosskämpfer hast, die relativ stark sind, dann brauchst du auch einen, der was aushält. Für uns ist es ein oder zwei. Sorry. Das ist leider auch irgendwo im Gesetz. Trin. Ohohohoho! Ohohohoho! Fight! 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 Was ist das? Kann ich mich auch? Dance Battle. Kennt ihr nicht Scott D.V? nö muss man das kennen ist cool er macht gute musik ja hat ja einer von euch vorgelesen ich bin ja die rockröhre wenn überhaupt nix so mit party und ghetto mucke immer diese ganzen ausdrücken wieder benutzt werden davon halte ich mal ein paar tech-orps sammeln hau ich schnapper und vegeta mal einer rein zwei schluckis naja die anfänge von set die waren schon assi ich fand alleine der spruch happa happa von papa nappa einfach der beste überhaupt gewesen ich hab mich so weggeeiert von dem spruch jedes mal für seine kleinen pflanzen wenn dann kriegst du happa happa von papa nappa das fand ich immer so cool also nappa fand ich am anfang sogar noch besser wie raditz und vegeta zusammen nappa fand ich immer am coolsten definitiv jedenfalls mit den sprüchen weil das hat auch so ein humor bolzen gewesen ist und später war es dann halt ja weiß ich hatte zwar irgendwie so so ein langweiler der konnte nix der war zwar ultra stark zu dem zeitpunkt noch aber so der hat halt nicht entertaint so nappa war halt mehr so entertainer und später wo man natürlich mit vegeta wo der in setteam kam war er halt derjenige mit seinen sprüchen der halt immer die stimmung da reingeballert hat aber du dumme denkst du das in du hast ja im formst gesagt bekennst du jemanden der mit hand of blood zusammenarbeitet spielt kaum auf den punkt ich glaube ich kann mir nicht vorstellen dass sie mit mir spielen das zeugt man halt warum ich kann mir das nicht vorstellen die haben mir gespielt guck mal wie viele abonnenten ich auf die türen 169 naja ja ich habe auch immer wunschdenken bei sowas gehabt zu einmal eine runde wirklich nur eine schöne runde dbd mit bronk das wäre es mal gewesen zu der damaligen zeit noch ja wo ich quasi angefangen habe wirklich mit dem ganzen auf twitch das wäre es gewesen einmal dead by daylight mit bronk ich sag mal so viele seiten ich bin ja nicht unsympathisch aber viele mögen den dialekt halten weißt du was ich feiern will was denn jetzt kommt eine runde minecraft mit kronk oder so geht damit was womit alles angefangen hat bei dir einfach da so eine runde zocken na das stimmt schon das ist immer so eine sache sache wunschdenken das habe ich also das auf jeden fall wenn ich da so andere große youtuber oder so kenne mit denen würde ich nie was zusammen machen aber bei gronk würde ich auf jeden fall sagen so kommt so alleine weil er halt auch sympathisch ist und so und irgendwo auch mein vorbild ist weswegen ich das mit den let's plays angefangen habe wäre das so einer wo ich auf jeden fall sagen würde so eine runde war mit dem spielen nur eine einzige und wenn es nur zwei minuten sind hauptsache einmal mit dem zusammenspielt da würde ich sogar töte deine freunde machen würde ich als killer sogar machen und würde dabei dead by daylight hier kann und kurie und tobi auch alle mit umhauen so einmal richtig schön quälen für youtube video ist das ungefähr einmal alle töten tschüss und dann wieder weg tja aber das wunschdenken halt ne an so groß ist prima kommt man eigentlich nie dran die dann mit einem zusammen spielen wollen das ist leider war die was aber noch relativ klein ist das nicht da muss schon die sympathie dann stimmen möchte ich mal sagen abgesehen da sagt er oh ich muss mal mit jemandem sprechen heute nicht mehr heute später irgendwer sollte ich sagen irgendwelche flammkuchen flammkuchen aber das ist seit zehn minuten her ja ich hab's nur schon mal vorab gesagt ich rufe das erstmal bei meiner mutter an die soll mal was zu Futter mitbringen cool dann ich bin am streamen ich brauche Futter gebt mir mal ich bin ja nur bei was am stream ich bin ja nur bei euch in den stream man hört mich ja nur man sieht mich nicht die geht er nicht drin er würde ich mein linkes und rechtes eid drauf verweben ehrer einen wunderschönen guten tag w specifically immernoch in essen dann hast du denn gedacht mal hier wieder nach Hause zu kommen weil ich Hunger habe und Papa auch würdest du denn was von unterwegs mitbringen oder hast du etwas für heute abends geplant du hast Bauchfleisch verliegen mit Pommes ja ne mit Pommes alles schmeckt besser mit Pommes ist ja gut ja gut kannst du ja nachher machen gut bis später beziehungsweise Yamsha hauen Yamsha ist scheiße Yamsha eine reinhauen ich krieg von vierfachem Goky naja ok von dreifachen Vegeta krieg da eine reinhauen reicht auch ich bin der Kung-Fu Panda ach so und ich dachte jetzt schon kommt sowas wie ich will der allerbeste sein oder so ich bin der Kung-Fu Panda weil ich bin der Kung-Fu Panda DSDS war ich auch mal kennst du den Typen von Neue Deutsche Welle hier das ist die perfekte Welle und so das war ich ahja ich dachte du warst hier wie heißt der noch ey der dicke Michael Jackson alter wie heißt der denn jetzt noch naja keine Ahnung der auch immer bei dbd äh dbd sag ich schon bei DSDS jedes Jahr gewesen ist wenn ich jetzt mal so hier gucke Mausy Pups auf YouTube ja ja und dann auf Facebook gehe dann komm ich auf deine Seite ja Marcel Brose ja was ist damit ja ich erklär dir grad wie es funktioniert ach so geh auf Freunde gib in der Suche Jenny ein und dann hast du 1,2,3,4,5 Stück nur so wenige deswegen hab ich auch gefragt was du da alles stehen hast naja dich mal Jenny ähm Visa eingegeben aber hatte ich glaube ich 20 verschiedene oder so gehabt mindestens ne und so hab ich dich halt gefunden oh kannst du versuchen mich zu finden das ist wesentlich einfacher ja ne ich bin kein Stalker oder Hinterherspionierer oder das hab ich vorhin anders gehört noch was ne ne ich wurde ich wurde nicht ich bin ich wurde wurde gestalkt ich bin es nicht du musst das Rrrr besser betonen du Wurrrr muss ich besser rollen ja ja roll das mal Rrrr bitte Rrrr Rrrr halb am verreckten Wurrrr Wurrrr genauso wie die Wurrrrst gib mir mal bitte die Wurst Eva Braun gib mir mal bitte die Fleischwurst Ich weiß nicht, was ich zocken soll. Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Diablo. Okay. Easy. Blizzard App wird gestartet. Loll. Wetten, du bist auch so ein Ultrasuchti, wie die ich gestern im Team hatte? Nein. Ihr seid immer alle Paragon 500.000 nur aufwärts, ey. Ich glaub 77. Oh, dann könnte ich dich ja ausnahmsweise mal ziehen. Ja, sicher. Komm, starte. Normales oder ähm... Scheißegal, überraschend. Surprise. Oder Saison machst du noch. Ach, ich mach gar nix, ey. Weißt du, wann ich mal Season gemacht hab? Nicht ein einziges Mal. Nur das macht Zeit. Gibt zur Zeit einen kleinen Shenlong als Pet. Der sieht jedenfalls so aus wie ein kleiner Drache. Der sieht aus wie Shenlong. Von mir aus kann auch ein, weiß ich nicht, Penis da kommen oder so. Will ihn ja wohl doch. Das würd ich mir eventuell noch mal überlegen. Aber, ne. Ich weiß nicht. Ich hab aber überlegt, den Nekromanten zu machen. Nekromanten. Also mit den zu holen. Ja. Den hab ich schon. Den hab ich schon gekauft. Den hab ich schon gekauft. Wenn ich mir überlegen, mir den zu holen. Und zu leveln. Aber irgendwie hab ich da gar keinen Anreiz. Dann wieder von vorne oder alles. Und boah, ne. Da kann ich nichts drauf. Das wie gesagt, ich kann nicht ziehen. Quall 10. Mein, mein, mein Dämonenjäger auch normal. Der packt mittlerweile Quall 11. Aber Quall 13 hab ich noch nicht ein. Garten bitte, danke. Ja, ich muss noch die eine, die eine Level hier zu entfangen. Ich hab nämlich gerade auch so mal in meinem Stream geluscht und da war gerade einer bei, der war gestern drinnen wegen Diablo. Der ist direkt wieder raus. Spiel kein Diablo weg. Warum geht bei Chucky nicht weiter? Hä? Hä? Warum geht bei dir nicht weiter? Was weiter? Der ist drin. Das ist schon nicht. Och, ne. Ja, netter Name, definitiv. Danke. Äh. Battle.net. Mausi-Pups. Hashtag. Oh Gott, das ist ein Yasuo-Spieler. Ich rede dich. Du kleines Nutscheinster. Ein was Spieler? Das ist jetzt. Yasuo-Player. Das sind die. Die ohne hier. So, dann machen wir den. Yasuo-Spieler sind. Das ist eine dritte. Oh Gott. Stell dir das nicht hin.